Musik 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 Mahlzeit, liebe German-Kurser-Freunde. Wir sind heute für euch auf der Sprühen-Tag-Kirmes in Krefeld. Wir wünschen euch viel Spaß bei unserem Video. So, wir stehen hier nun vor dem Shake and Roll der Familie Schäfer. Musik 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 Ja, wir stehen jetzt nun vor dem zweiten Geschäft der Familie Schäfer auf der Sprühen-Tag-Kirmes und zwar dem Voodoo-Jumper. Musik 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 Wie eben fast jeden Jahr ist auch diesmal der Spinning Coaster von der Familie Bruch wieder dabei. Musik 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 Wie eben fast jeden Jahr ist auch diesmal der Spinning Coaster von der Familie Bruch wieder dabei. Musik 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 Auch die Familie Dresden ist wieder dabei. Mit ihrem Schlageeffekt und mit ihrem Kinderkarussell. Musik 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 Erstmalig auf der Spröhen-Tag-Kirmes in Krefeld ist Konga von der Familie Küchenmeister. Musik 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 Auch wieder dabei der Fighter der Familie Bruch. Musik 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 Auch erstmalig dabei ist die Geistervilla der Familie Molenkraft und Sippkema. Musik 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 Eine Neuheit aus der Sprintakimist ist auch Mr.Grevity von der Familie Oberschelf. Mit dabei auf der Sprintakimist ist die Villa Wahnsinn, ein Funhaus und viele weitere Fahrgeschäfte und Kinderfahrgeschäfte erwarten euch. Bis zum nächsten Mal.